wir müssen einen schweigen seelenschein finden tagebuch hat er hat sie ausgeschmissen obwohl sie einen hohen preis dafür zahlten töteten die magier den zauberer für seine verbrechen gegen die natur und versiegelten seine zerstückelte leiche in einem schattenreich es scheint als hätten sie befürchtet er könne zurückkehren vorher noch mal hier die gespräche anquatschen also ich wäre ready to go weil sie so mitten im kampf so weißt du so wir sind so am kämpfen und dann denkst du wo ist denn mein ring und dann sage ich nur mensch das gibt ja ressourcen ihr tagebuch in den vergangenen jahren hat sich kaldeum drastisch verändert als die adlingen von kurast geradezu über die stadt her fielen danach folgte ihnen ihr kaiser hat er schreibt richtig viel zu seinem regierungssitz auch wenn seine handlungen wagemutig erschienen schaffte er es doch der stadt während seiner regierungszeit weiterhin frieden und wohlstand zu bringen den neuen kaiser ging alles gut bis sein frühzeitiger tod die zucker rumpriester zwang einen neuen erben für den thron von kejistan zu finden mit Hilfe einer reihe komplizierter rituale sie werden unsere hey hey nicht dass die abklingzeit abläuft ich will sie tot nicht dass die abklingzeit abläuft schmeiß ihn raus wirst du ihn nochmal rausschmeißen nein ach guck mal hier ich kann ihn ja auch noch eine stunde kann ich den ja noch hinbehalten da eine stunde stunde 15 wie so ein staubsauger ey ich hab nur drauf gewartet du hast nur glück gehabt dass ich eben als du es in der hülle gemacht hast also wo wir eben in dem raum drinne waren dass ich ganz so weit hinten war ich habe zu leicht durchschauen deine gehässigkeit ist zu leicht offenbar ich zeig doch nur was ich habe tagebuch ich glaube dass sie sich verschworen hatten um diablo dabei zu helfen Mephisto und Baal zu befreien auch wenn sie in der vergangenheit beide die geringen gibt es eigentlich irgendjemand der diese blauen sachen hier kaufen tut der herr der schmerzen bewachte Baals Gefängnis ähm das grab von Tal Rascher also als er von Helden getötet wurde ich hab kein Video gesehen in dem das irgendwie von hinter der ganze werf ja aber wozu gibt es den ganzen Händler jedes Mal hört mir zu ich kann nicht lange reden Willi als Wächter beobachten mich ständig Kaiser Harkhan was tut ihr hier? verzeiht mein Verhalten am Hof die Wachen hätten mich getötet wenn ich für euch Partei ergriffen hätte ja ja er tut bestimmt nur so vertraut ihm nicht er lügt Junge der nicht zu uns ist gucke du so ein lieber Buch er lügt Alter ich muss mir mit dem reden er hat einen Stern über den Kopf ich weiß okay da hat euch viel zu erzählen soll das Schaden machen? da kommt was oh ich höre ein Gott Schatzkoblen Attacke boom voll rauf voll rauf schulter hinterher werfen schulter hinterher werfen tschu bam oh nix ey ja wie gesagt du hast ja wohl keinen Grund zu jammern eine Schulter nur die auch noch kacke ist ich hab den Kopf bekommen Boss noch nicht keine Zeit für den Boss keine Zeit für den Boss hehehe hehehe jetzt kann sie gucken also die haben mehr Geld rausgeschmissen nein 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 was ist denn das der Marquise Diamant Imperial ich hab Imperial Diamanten Jos Imperial und also wieder eine Stufe höher oder was anscheinend hat deine also hat das eine Delle drinne genau ja das ist wieder eine Stufe höher wir haben immer noch kein Juwelier damit man mal die alten Steine austauschen aber ich hab eh nichts mit alten Steinen ich hab gar nichts mehr so wirklich an Sockeln hab ich auch kaum 10 Millionen Damage und den Typen liegen gelassen was ich hab keinen Typen gesehen ah hier in der Acker oh da oben in der Ecke hab ich nie gesehen das siehst du nie ja der hat keinen Stein gedroppt kein Stern was ist hier oben ah ist auch ein Weg aber das hier ist glaube ich ein Kreis oh Boss Attacke boom Eis oh du hast Leben verloren ja aber nicht viel Eis Eis on Explosion zwei Helme alle Kacke was hast du eigentlich für einen Helm vielleicht ist ja so ein Helm gut den ich dir geben kann du musst nur die Stärke austauschen gegen Intelligenz ach guck mal da ich hab einen Bogen bekommen ne ich muss auf jeden Fall mal meine mein Skill hier also diese Piranhas die geben mir die die geben mir gar nichts benutzt du überhaupt Geistessperrfeuer? jetzt ja also jetzt wieder ich hab's bis eben ja das ist das hier oha ganz wie Gold 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 Tagebuch Ah, hier müssen wir hin. Aber da oben ist noch ein Weg. Jemand HC bockt mich, die letzten 24 zu boosten? Nein. 50 Euro Payball. Toll. Hier ist ja nicht mal was. Großartig. Du bist ein so toller Führer. Ständig führst du uns in den Sackgassen. Da hätte auch jetzt ein Legendary liegen können. Schnauze da hinten! Endlich wieder frische Luft. Da unten stank es nach Schweinekot. Okay, Schweinekot. Ja, da kann man in die Situation. Tagebuch! Level! Wo ist das Tagebuch? Ah ja. Ne, da war kein Glück. Na, ich guck mal irgendwie gelassen. Und Bombardement wieder. Jeder Einschlag verteilt zwei Minen, die explodieren, wenn der Gegner in der Nähe ist. Soll ich mal so langsam auf das Springen verzichten und wirklich Bombardement mit Minen? Test du das mal aus. Schweine stinken nicht, oink. Der Schiss von dir? Ja. Kommst du? Warte mal. Ja, was denn? So, ich äh... Ja. Habe ich leider weniger. Dafür sollte ich mir ein paar Hexenerfester machen können. Also ich habe jetzt Bombardement genommen. Was ich mir mal eben hier trocken angucken werde. Hier. Und der macht so Minen. Hier sind jetzt so überall Minen. Aha. Siehst du die? Ja. Und die machen Boom. Okay. Und da. Und da. Und da. Und da. Die kommen von hinten. Also ich heile mich pro Sekunde um 10.000 oder sehe ich das richtig? Und da. 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 Und da haben die aber auch schon wieder 10 Millionen Leben. Fett. Jetzt stirbst du. Ich hoffe nix. Ich sehe es kaum. Du stirbst. Eis! Bombardement. minen so sein scheiß frosch das tut aber auch weh die kann vorbei das juckt dich nicht die bohne das juckt dich nicht ich schwitze hier habe zwar noch nicht einmal ein halt trank heute benutzt habe ich schwitze ich musste auch noch keinen nehmen ich habe aber angst der tasse zu drücken weil dann wenn du die lehrtaste brauchst so nether keller hier direkt bombardement er läuft bei uns so viele kisten da drin ja wichtiger raum alle selten der wies zwei blaue insgesamt der hatte nichts in den drohen schwu wir kommen die wieder noch eine truhe was blau ist immer den rand erst ablaufende wie so ein puzzle da was ich habe gepult bombardement bombardement was denn ich hasse den frosch gibt nichts besseres als den frosch ich vermisse aber den gegner oh da sind schüsselwächter da oben ich habe so ein dreieck oben jetzt noch nicht direkt aber da oben sehe ich schon sein 3 ich bin hier drüben hallo ich bin hier drüben so was haben wir hier denn das ist auch verdächtig das hier ah guck verdächtig wertsachen hört sich gut an wertsachen die mir gehören das hört sich gut an mach den keller auf mach den keller auf ich bin der 1 oh krass bombardement bum 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 ich muss hier weg es ist explodiert lebt bei dir noch eine wo sind wertsachen ihr habt noch keine gesehen was hast du keine wertsachen gesehen er hat gesagt hier sind wertsachen drin ein legendary würde ich ja mal nehmen wollen ja 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 ich würde gerne meinen hals nehmen ich möchte unsterblich werden so wie du Alter wenn ich das Hals kriege ne dann laufe ich nur noch rum auf Qual 5 ja dann kann mir auch niemand mehr was was ok wir haben jetzt hier oben einen Weg und da unten einen Weg wo gehen wir zuerst hin wie du willst was diese Kreatur muss sterben ok bombardement er kriegt aber auch Schaden rein ich stehe auch im markant guck mal bei mir macht der wieviel Schaden oh du kriegst auch 2 tics 10% weg so viel dazu dass du Akan Widerstand 100% hast ich guck mal Akan 70,9% plus 50% aber auf level 66 und die sind 67 Akan habe ich echt wenig nur 50 ja gut aber dafür dass ich 110% tanken sollte wenigstens trotzdem noch ziemlich hart ich denke mal das ist auch gecappt so bei 75% oder so gehen wir da Block schon oder die Gegner halt wie gesagt sind sowieso immer über uns vom level her das Ding denen kann auch mehr als 100% Schaden machen für uns quasi AAH Attacke Bombe der Mauer du 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 hier in der Ecke ja hier in der Ecke oh manno wo war mein Legendary denn jetzt hin warte da oben ist noch ein kleines stück schwarz guck hier ist ein Haufen na guck grau zwei Gegner ja hier noch eine Blockade ja kann alles Legendary drum zwei Millionen gesegnet bin ich achso wir haben auch ja genau ich hab dich gesegnet genau mit allen Flüchen die ich habe ja glaub ich dir dass ich hier nix mal krieg Boss Bombardement aktivieren die machen schon wieder Akan die Schweine das ist so schmerzhaft der ist doch im Kopf doch ganz vorne gelungen ja du hast auch grad meine Bubbelblase auf dem Kopf gehabt ah dann kriegst du von mir ja 82.000er Schild Alter das ist so viel 82.000er Schild ey ha 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 Truhe blauer teils du hast schon wieder den Typen ah goldene Truhe blauer teils ja ein paar also der hat viele gelbe gibt ah noch einer ich habe eben noch gemeckert wir kriegen keine und jetzt kommen wir da mal na ja den haben wir auch noch zum pflück ja wieder nix sagen wir tötest du eigentlich auch judges hast du denn schon wieder getötet ich werfe ein Bombardement rein und du kriegst den kill oder was es gibt es ja nicht ich habe halt genannt glaubst du das ja ich hatte Panik guck mal da sind drei ich also ich geh doch nicht hin Vor allem wird man auch noch festgehalten, dass man nicht wegkommt. Hier lebt noch einer. Ich bin voll. Ich bin voll. Wir haben jetzt hier was Graues raus, nimm das. Ja, ich starte oder was? Ja. Ja, wenn einer voll ist, kotzt in die Stadt. Dann gucke ich mal, was mein Equip so sagt. Vielleicht habe ich ja irgendwie Geld im Schalt gefunden, gar nicht beruflich. Ich habe auch gar nicht viel Scheiße gekriegt. Also eigentlich ganz gute Sachen. 66er Equip zum Beispiel. Hier ein Ring zum Beispiel. Der Ring ist soweit eigentlich ganz gut. Das Einzige, was fehlt, ist... Was fehlt denn hier? Regeneriert Leben pro Sekunde. Und dafür kriege ich mehr Leben. Okay, den nimm ich. Hab schon mal einen besseren Ring? Die bieten mir immer wieder irgendeinen Brustschutz an, ne? Aber es tut mir leid, den kann ich ja nicht nehmen. Was passiert dann, wenn du den nimmst? Fällst du dann runter auf 1,1 Millionen? Ich bin jetzt bei 3,5 Millionen. Und wenn ich dann den seltenen Brustschutz hier reinmache, bin ich bei 1,9 Millionen. Ja, aber das ist immer zusammengerechnet, ne? Immer so, was Leben und Rüstung und so angeht. Ausweichschance. Was? So, der Kopfschutz. Ist halt scheiße. Mein Hexensperrfeuer ist besser. Ja, ich hab sonst nix. Hier ist ein Schutz mit Stärke und Vitalität und Blitzwiderstand. Willst du den? Warte. Ich hab ihn hingelegt und ich... Beine. Nee. Ganzste behalten. Ganzste behalten. Himmlische Vollstreckung müsste ich da... Also wenn ich jetzt wirklich Bombardement behalten will, muss ich das hier umtauschen. Dann muss ich hier nochmal würfeln. Himmlische Vollstreckung weg und dafür... Abklingst du halt? Nein, eigentlich nicht. Hier, Bombardement, 13% mehr Damage für Bombardement. Super. Hammer. Hammer. Würden wir mal einen Umwürfel, wenn wir das besser kriegen würden, könnten wir die Schuhe vielleicht anziehen. Eine einzelne große Kugel aus explosivem Pech fällt auf den... Und macht 3000... Ja, so eine einzelne Kugel nehme ich am... Hinterher am liebsten, ne? Also mit ein Level... Ein Level... Nee, zwei Level wohl noch. Bombardement trifft nicht mehr zufällige Ziele, sondern fällt weiter auf das ursprüngliche Ziel nieder. Achso, wir haben zufällige Ziele getroffen, oder was? Im Moment. Okay, dann machen wir trotzdem 10% weniger Schaden hier. Das ist natürlich doof. 90.000. 81.000. Na 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 da 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 bin ich alles verschlossen mit der Chandler Brunner mit mir in Wiesl. Ich bin der Fallon! Ich bin der Fallon! Let's go! den stein habe ich es gezeigt toll er will ja auch noch was hier der händler an hier gegenstände vielleicht an einigen meiner bisherigen punkte noch einmal verkaufen und weiter bitte was was ja schuldig wo die weltgegenstände waren die kiste offensichtlich eine falle oder ramboss ich kriege ordentlich prügel können wir runterschalten ich krieg so prügel und du rennst mit deiner level 15 allerdings rum also wir waren schon wieder getötet das gibt es ja nicht ja aber ich habe hier den übelsten mega denn mit schrauben mit meinen 50 millionen kritz hier tagebuch noch mehr erfahrung der kaldeum eine oase von unvergleichlicher pracht kann in einem gebiet von dem er mich dann angenommen also ich prügel die komplett runter du machst den last hit wahrscheinlich so sieht aus so ein ding ist aus nämlich naja wie gesagt wenn da zehn viecher stehen die alle nur einen schaden machen aber den die ganze zeit das ist ein boss ich hole ihn ich schieße ihn ab oh ich hasse das level hast du ihn schon wieder getüllt das geht gar nicht aber bringt mir ja nicht da du kriegst du kriegst ja erfahrung pro getöteten gegner und leben erfahrung und leben erfahrung und leben ganz genau und genug tun also doch muss ich ehrlich sagen das ist so eine gewisse genug tun dir sagen zu können dass du einfach nicht umgebracht kriegst und dabei war ich hier die krassen damage was hier oben denn los da boss ich habe ihn gepult er teilte hier er macht schluss ich weiß nicht gegen wen ich kämpfen soll hier sind so viele also ich habe wieder den oberbaro boss ich komme ja nicht weg zum glück habe ich ja die rune mit dem flug damit ich mich bewegen kann der lebt ja doch der volk ja ich habe ihn jetzt erstmal weg gemacht weil ich stand da mitten im eis ding du machst ja eh tot ich habe ihn getötet nein habe ich nicht jetzt habe ich ne wieder du ah leck mich doch ich mach nie wieder was ich stehe nur noch daneben und guck zu guck mal der herr gehörte nicht mal zum event der boss weil das ist der hier ja ich hab doch gesagt dass ein boss ich pull ihn jetzt habe ich ihn getötet ich habe extra gewartet für den last hit ja aber nix gutes leider habe ich irgendwas gefunden ein schwert mehr schaden transformation habe ich kann intelligenz vitalität account schaden ach naja also eigentlich ist aber weniger wert als meine ich glaube die müsste ich mal neu würfeln damit ich würde ich ausprobieren guck mal wie ich prügel kriege von drei ganz normalen gegnern siehst du das wie die mich runter kloppen siehst du das anhand meines lebens diese drei normalen gegner wahnsinn ich krieg angst ich komm nicht mal mit meiner erholung gegen an das ist ja wahnsinn jetzt bist du falsch oder was alter ich bin doch noch hier und kämpfe doch noch ich bin rausgeklogen ist das in ernst ja ich antworte dir ja also du stehst hier die greift nach hier jetzt an ich habe zugeguckt du hast ja genauso viel leben wie ich sehe ich ja gerade du hast ja auch schon 350.000 jetzt bist du weg doch meine feinde gleich kommen du redest auch noch mit mir ja ich bin auch noch in dem spiel normalerweise schmeißt mich ja dann auch mal direkt das spiel raus aber jetzt gerade bin ich zumindestens in unserer gruppe aber ich bin im status trete spiel bei warte mal ich glaube ich muss mal die gruppe verlassen und wenn ich ganz alleine jetzt sterbe ich warte ich komme wieder tot charakter weg ich verliere bestimmt mein charakter irgendwie habe ich das gefühl irgendwie schießt es sich ich brauche unbedingt den hals unbedingt den hals mit diesen hundert prozent jetzt weiter ja aber die drei leute haben mich so wundern geklaut wie so drei frösche ja das ist ja das was ich auch meine als ich mit dem bahn hier lang gelaufen bin weißt du ich habe einen heiltrank nach dem anderen gefressen ich fress ja keinen heiltrank außer eben gerade wo ich festgehalten worden bin mitten bei zwei arkan strahlen ich schrei jetzt immer noch höher na gut jetzt würde ich sagen wir sind auf der richtigen stufe ja ganz genau weißt du hast du hast doch nicht einen heiltrank gefressen und trotzdem sagst du bist auf der richtigen stufe und mich hast du leiden lassen aber waren wir hier schon drin in den keller ja ja doch in dem war aber da ist das eine riesen map oh tuhe die gier nur gold nicht mal da geht auch immer was grünes ich hätte gerne mal was orangenes was denn orange ja legendär schön die karte hier aufmalen hat auch immer schön was beruhigendes die karte so aufmalen bitte bei mir ist alles wieder schwarz mir nach ich mein gruppenführer ja ich sag ja gar nichts hier haben wir was aber da müssen wir später hin oder waren wir jetzt schon direkt da rein für unsere quest ich sehe dich nicht ich glaube ich bin schon wieder draußen hörst du mich? ich hör dich ja ja ich hab schon wieder die verbindung oh ne brust soll ich jetzt mal auf meine gold verzichten auf meine gold brust hier würde alles wieder hoch gehen schadensarten werden verdoppelt ich hatte elf prozent mehr leben ich hatte dornenschaden also auf gold können wir ja eigentlich verzichten oder? ja voll ziemlich hm ja ich glaube jetzt bist du weg hallo? hörst du mich noch? ja 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 jetzt gleiche problem wie eben ich bin auch zufrieden draußen ich muss auch wieder die gruppe verlassen ich bin gleich wieder da oh man schwein was tue ich mir hier schon wieder an es gibt nie einen Tag wo ich mal mit Glück gesegnet werde man könnte mal ganz normal Diablo scheißen dreck zocken das wäre so geil was? einfach mal ganz normal Diablo zocken ja ich hätte auch bock drauf ohne nen Rentner der sagt ich bin müde ich muss ins Bett mhm ich werde eher an das Internet gedacht aber ich denke an der Gesamtsituation normal zocken geht halt nicht ja soll ich die Brust nehmen? aber ich würde meine Brust wahrscheinlich behalten in die Truhe packen wegen dem Gold oder? weiß ich nicht lohnt sich ja eigentlich nicht weil wir ja eh auf Diablo 4 wechseln werden ja vielleicht kommen wir wieder zurück nenn mir einen Grund warum sollten wir dies tun naja ich bin ja jetzt auch wieder zurück gekommen ja go auf f f f go wie go go és F auf auf ja wie si